Neu bei Vox. Wir werden jetzt etwas anderes ausprobieren. Kate Reed ist keine Anwälte. Sie ist Schlichterin. Miss Reed? Ja, Sir? Finden Sie einen Weg, den Fall aus meinem Gericht zu halten? Okay. Alles, was Anwälte tun? Ab jetzt spielen wir nach meinen Regeln. Kann sie besser? Sarah Shai. Ich werde für jede Seite kämpfen. Entspann dich und schau mir dabei zu. Im Job. Unschlagbar. Sie ist die Beste, die es gibt. Privat. Unberechenbar. Hey, das Hemd wollte ich heute tragen. Ups. Fairly Lube. Die neue Serie. Ab 11. September. Es gibt noch andere Schlichter. Ja, aber keiner ist so gut.